Es ist offiziell, Toni Kroos hat eine traurige Entscheidung für die kommende Saison gefällt. Außerdem wird auch ein Wechsel von Vincent Kompany zum FC Bayern immer konkreter. Und an welchem DFB-Star zeigt Borussia Dortmund konkretes Interesse für die kommende Saison? Ihr kennt das Ganze, freut mich sehr, dass ihr am Start seid. Alle Infos, die ihr braucht, wie immer hier, kurz und kompakt. Falls euch das Ganze natürlich gefällt, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da und auch gerne ein Abonnement. Und schreibt mir selbstverständlich auch sehr gerne eure Meinung zu den ganzen Themen in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr sagt, aber jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Ja, und wir starten auch direkt erstmal rein mit einem wirklich großen Schock, der so ein bisschen aus dem Nichts kommt. Die Rede ist tatsächlich von Toni Kroos. Es gab in den letzten Wochen und Monaten ja ganz, ganz viele Spekulationen, wie es für ihn in Zukunft weitergehen wird. Gibt es eventuell doch noch eine Vertragsverlängerung bei Real Madrid? Es sah eigentlich gar nicht so schlecht aus. Er spielt natürlich auch ein Wahnsinnsfußball. Er ist natürlich auch ein Riesenfaktor für diese erfolgreiche Saison. Natürlich unter anderem auch in der Champions League mit super starken Leistungen. Ein ganz, ganz wichtiger Teil der Mannschaft. Und mit 34 Jahren ist er ja auf jeden Fall noch in einem Alter, wo auf jeden Fall noch ein paar Jahre drin wären. Aber es ist tatsächlich einer Entscheidung gefallen und die hat es auf jeden Fall in sich. Toni Kroos hat tatsächlich heute bekannt gegeben. Er wird seine Karriere als Profifußballer nach der Europameisterschaft beenden. Er hat sich natürlich auch in einem emotionalen Statement dazu geäußert. Hat natürlich auch darüber gesprochen, wie wichtig ihm Real Madrid ist. Als er am 17. Juli 2014 vorgestellt wurde, hat sich sein ganzes Leben als Fußballer, aber auch als Person verändert. Und er hat auch immer betont, für ihn war immer klar, Real Madrid wird sein letzter Verein sein. Er möchte zu keinem anderen Verein mehr wechseln. Und er ist glücklich darüber, dass er die richtige Entscheidung für sich selber zum richtigen Zeitpunkt treffen konnte. Er wird noch eine hoffentlich sehr erfolgreiche Europameisterschaft zu Hause hier in Deutschland spielen. Und dann ist das Ganze tatsächlich vorbei. Und das ist natürlich eine Meldung, die wirklich mehr als unerwartet kommt. Besonders, wie gesagt, nachdem Toni Kroos ja wirklich in den letzten Wochen überragende Leistungen gezeigt hat. Aber es ist tatsächlich offiziell. Ich frage da natürlich auch gerne mal nach eurer Meinung. Könnt ihr Toni Kroos verstehen, dass es jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist, um Feierabend zu machen? Und in welcher Position könnt ihr euch denn Toni Kroos in Zukunft vorstellen? Ja, und dann kommen wir selbstverständlich natürlich auch ganz kurz zu Vincent Kompany. Erst gestern ist bekannt geworden, dass die Bayern ihn als ganz, ganz konkreten Kandidaten sehen. Nach den ganzen Trainerabsagen der letzten Wochen und Monate haben sich die Bayern jetzt mal so ein bisschen anderweitig nach Trainern umgesehen. Vincent Kompany ist jetzt zumindest in der Trainerwelt vielleicht nicht der große Name. Aber es sieht aktuell wirklich danach aus, als könnte er der nächste Trainer bei den Münchnern werden. Weil wie berichtet wird, soll Vincent Kompany selbst auch sehr großes Interesse daran haben, Trainer bei den Bayern zu werden. So wie es aktuell scheint, ist Kompany im Urlaub und wollte eigentlich erstmal so ein bisschen reflektieren, wie es in Zukunft für ihn weitergeht. Aber die Anfrage der Bayern könnte das Ganze natürlich jetzt auch ganz schnell auf den Kopf stellen. Es heißt auch, dass Kompany's Trainerprofil immer noch als sehr attraktiv angesehen wird, obwohl Burnley mit ihm in die zweite Liga abgestiegen ist. Was natürlich auch für ihn spricht, Vincent Kompany war ja bereits Teil vom HSV, er kennt natürlich also auch die Bundesliga und er spricht sogar auch Deutsch. Und natürlich ist Vincent Kompany nicht die erste oder zweite Wahl der Münchner gewesen. Das Ganze soll ihn aber, wie berichtet wird, überhaupt nicht stören. Weil die Möglichkeit, einen der größten Vereine der Welt zu trainieren, natürlich schon fast zu gut ist, um sie abzulehnen. Im Vergleich zu Brentforts Thomas Franks sollen die Gespräche mit Vincent Kompany auch schon ein bisschen fortgeschrittener sein. Auch bei Thomas Franks soll es schon die erste Anfrage gegeben haben, wie denn der Stand der Dinge ist. Aber man hat sich natürlich noch nicht mit Brentfort in Verbindung gesetzt. Also natürlich muss man dafür den Moment noch abwarten. Es ist immer noch ein sehr weiter Weg zu gehen. Aber zum aktuellen Zeitpunkt scheint Vincent Kompany wirklich die konkreteste Option für die Münchner zu sein. Was meint ihr? Vincent Kompany zum FC Bayern könnte das perfekt passen? Kann er sie wieder zum alten Erfolg führen? Oder meint ihr, das geht in keiner Welt gut und man sollte sich vielleicht dann doch eher anderweitig umschauen? Und dann kommen wir natürlich auch ganz kurz zum BVB. Auch da läuft natürlich schon die Kaderplanung für die kommende Saison. Und da gibt es ganz, ganz spannende Namen. In den letzten Tagen ist ja immer mal wieder der Name Seru Girassi gefallen. Auch er soll ein konkreter Transferkandidat sein. Aber darum soll es tatsächlich jetzt erstmal nicht gehen. Der BVB interessiert sich nämlich für einen ganz konkreten deutschen Nationalspieler. Die Rede ist von Pascal Groß, der ja auch gerade erst von Julian Nagelsmann für die Europameisterschaft nominiert wurde. Er ist natürlich auch in dieser Saison ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Brighton. Auch wenn es in den letzten Wochen nicht so wirklich gut lief, kommt er natürlich auf sensationelle Zahlen. In 36 Premier League Einsätzen ist er auf 14 Scorer-Punkte gekommen. Und das ist natürlich auch nicht unentdeckt beim BVB geblieben. Natürlich gibt es da immer noch ganz, ganz viele Fragezeichen. Das ist ganz klar. Einerseits natürlich die finanzielle Situation beim BVB. Man möchte in diesem Sommer sehr viele teure Transfers tätigen. Mit Ian Matzen, Jadon Sancho, eventuell Seru Girassi. Da geht natürlich schon sehr viel Ablöse weg. Außerdem ist natürlich auch für den Moment noch nicht ganz klar, wie Pascal Groß in Zukunft planen will. Er hat noch einen Vertrag bis 2025. Und natürlich ist auch die große Preisfrage, ob Brighton ihn überhaupt gehen lassen will. Sollte Pascal Groß natürlich auch noch eine erfolgreiche Europameisterschaft spielen, werden sich auch noch ganz viele andere Teams für ihn interessieren. Aber sollte Groß natürlich die Signale senden, dass er einem Wechsel nach Dortmund offen gegenüberstehen würde, dann ist es natürlich durchaus denkbar, dass ein Transfer passiert. Aber ich gebe die Frage natürlich gerne mal an euch weiter. Was meint ihr? Pascal Groß beim BVB, könnte das passen? Könnte er den Dortmundern genau diese fehlende Stabilität geben? Oder meint ihr, ein anderer Mittelfeldspieler wäre dann vielleicht doch ein bisschen besser geeignet? Und dann kommen wir auch noch ganz kurz zu Bayerns Sascha Boe. Boe, der ja wirklich einen mehr als unglücklichen Anfang bei den Münchnern erwischt hat. Kam erst im Januar nach ganz viel großer Suche, wer denn jetzt ein geeigneter Rechtsverteidiger wäre für 30 Millionen Euro von Galapasserei? Konnte aber aufgrund seiner Verletzungssorgen gerade mal für 109 Minuten im Trikot des FC Bayern stehen. Und natürlich auch, das ist kein Geheimnis, der FC Bayern muss genauso schauen, wer denn jetzt vielleicht im Sommer ein Abgangskandidat ist, um einfach so ein bisschen Ablöse einspielen zu können. Man hat natürlich auch diesen Sommer nicht unbegrenzt finanzielle Mittel und wenn man so einen großen Kaderumbruch bewerkstelligen will, braucht man halt auch einfach ein bisschen Ablöse. Drum ist es natürlich naheliegend, dass auch ein Sascha Boe, die Münchner vielleicht schon wieder diesen Sommer verlassen wird. Aber der aktuelle Stand sieht dann doch ein bisschen anders aus. Wie berichtet wird, will Sascha Boe in München bleiben, er möchte sich durchsetzen, er möchte zeigen, was er kann. Er hat noch einen Vertrag bis 2028 und möchte sich für die kommende Saison auf jeden Fall sehr gut vorbereiten. Aber auch hier ist es natürlich fraglich, wie der FC Bayern für die kommende Saison plant, weil viele potenzielle Abgangskandidaten den FC Bayern überhaupt nicht verlassen wollen und eigentlich sehr glücklich sind. Aber natürlich, wie gesagt, ohne die richtigen Verkäufe kann man auch keinen wirklichen Kaderumbruch bewerkstelligen. Demnach mal abwarten, was der Sommer noch so bringt, aber Stand jetzt wird Sascha Boe auch nächstes Jahr Teil der Münchner sein. Da frage ich natürlich auch gerne mal euch, wie bewertet ihr den Transfer von Sascha Boe? Meint ihr, er hat das Zeug dazu, dem FC Bayern nächste Saison wirklich weiterzuhelfen oder meint ihr, diese 30 Millionen Euro waren dann vielleicht doch nicht so richtig sinnvoll investiert? Ansonsten war es es aber auch direkt schon wieder von mir. Vielen lieben Dank, dass ihr am Start wart. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.